Guten Tag meine Damen und Herren, ich darf mich Ihnen vorstellen. Mein Name ist Alfred Jackson, mehr ist nicht von Belang. Ich möchte Ihnen heute etwas Neues erklären und präsentieren. Einen Jahreskalender, den man sowohl in kleiner Ausführung für den Schreibtisch, als auch in großer Ausführung für Räumlichkeiten zum Beispiel Eingangshallen, Wartezonen und so weiter bestellen kann. Die Grundform ist erdacht von meinem Freund Helmut Grazfeld, der ein bekanntier Künstler, Designer, Texter und Inhaber einer Jahrzehnte bewährten Werbeagentur ist. Seine künstlerische Grundhaltung ist der Minimalismus, mit all seinen Variationen sowohl textlich, bildhaft und räumlich. Zahlreiche gewonnene Wettbewerbe zeichnen ihn aus. Unter anderem der erste Preis des weltweiten Plakatwettbewerbs 100 Jahre Automobil, an dem 16.000 Teilnehmer ihre Arbeiten eingereicht hatten. Meine Wenigkeit hatte die Aufgabe, seine Idee zu konstruieren und zu visualisieren. Danach Bau der Prototypen, bis zur Serienreife. Überwachung der handwerklichen Qualität der Ausführung und das Erdecken einfacher Bewegungsmechanismen war ebenfalls Teil meiner Aufgabe. Nun zum Jahreskalender an sich. Wie Sie sehen, besteht dieser aus zwölf Skulpturen, die den zwölf Monaten des Jahres zuzuordnen sind. Jede Skulptur symbolisiert in ihrem Design den entsprechenden Monat. Januar Ein Schneemann Februar Einen Karnevalisten in Uniform März Einen Bauern Pflügen des Ackers April Ein Osterei Mai Das Blühen und Grünen Juni Sportliche Aktivitäten des Frühsommers Juli Badezeit August Heißes Wetter und Sonne September Segelwetter Oktober Zeit der Ernte November Eintrauernder Dezember Nikolaus und Weihnachtsmann Eine Funktion des Jahreskalenders ist das Visualisieren eines bestimmten Monats. Das geschieht so. Alle Skulpturen sind drehbar gelagert. In der Grundstellung zeigen alle Skulpturen den Rücken. Zu Jahresanfang Januar Die Skulptur Schneemann Diese wird umgedreht und zeigt nun die Vorderseite. Und so weiter. Im Dezember zeigen alle Skulpturen ihre Vorderseite. Ach, da kommt gerade Herr Grazfeld persönlich. Hallo Helmut, schön dich zu sehen. Da lernen dich meine Zuhörer direkt Mai kennen. Hallo Alfred. Das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Deine Präsentation heute? Ich habe den Eindruck, dich in deinen Erklärungen unterbrochen zu haben. Aber es war mir wichtig, mich auch deinen Zuhörern vorzustellen. Ein nettes kleines Projekt, das uns beiden bisher viel Spaß gemacht hat. Guten Tag meine Damen und Herren. Mein Name ist Helmut Grazfeld. Ich begrüße Sie herzlichst und hoffe, Ihnen gefällt unser Jahreskalender. Auf jeden Fall. Viel Spaß und Vergnügen. Später haben wir eine kleine Stärkung im Vorraum für Sie bereitgestellt. Bleibt noch zu vervollständigen. Die Tage des Monats werden visualisiert über 31 Bohrungen, in welche an einem bestimmten Tag des Monats ein Rundstab eingesteckt wird. Um Zahlen zu vermeiden, haben wir eine Skala mit 10er und 5er Teilung integriert. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. In der Vorhalle ist angerichtet.